so versuchen wir mal mit den 21 euro was anderes el torero so 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 Der Herr Hörgert. 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 Das war schon mal. Der Herr Hörgert. Der Herr Hörgert. Der Herr Hörgert. Ah. Der andere Wunsch geben kann. Der andere Wurz. Der andere Wurz. Der andere Wurz. Der andere Wurz. Oh Mann. Ja, mit Altorero hatte ich jetzt irgendwie länger kein Glück mehr. Aber vielleicht ändert sich das ja mal wieder irgendwann. Komm. 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 Das war's für heute. Er hat zwar leider Freispiele gehabt, aber mit sehr mageren Ergebnis. Na ja, ich schau mal was noch so passiert. Also, 3 Cent wird wahrscheinlich null draus, oder? Alles klar, bis später. So, ich probier's nochmal mit Motion Spiel. Ich nehm mal Wiesentime. Viel Glück mit Wiesentime. Der Worm ist der Worm. Schau mal. Direkt in Reihe. Entschuldigung. Entschuldigung. Der Worm. 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 Der. Der Worm. Der rum. Der Worm. Der. Sieht hierdem. Der Worm. Der Worm. Der Worm. Der Worm. Der Worm. Der Worm. Es ist nicht ganz schön. Geh frei mich. Ich mich nicht greif. Geh frei mich. 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 Kommt auf keinem Einsatzlevel mal was. Geh frei mich. Wir sind mir. Geht ruhig. Geh frei. Geh frei mich. Ah, da ist ja nur was. Und? Aber nicht viel. Das war ja gar nichts, oder? Nö. Trink mal nur ein Römer. Na gut, bis später dann. Ich habe überlegt, ich nehme mal was hier aus der Liste. Ich nehme mal The Plunder Pay. Habe ich früher gerne gespielt, aber auch schon lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, ob da was kommt. Ja, ja. Hier rein. Ja. Das war's für heute. Ich dachte, der geht nur auf 12. Ich dachte, der geht nur auf 12. Tja, leider nichts. Na gut, bis später.